Gelobt sei Jesus Christus. Amen. Wir danken dir, Herr Jesus Christ, dass du für uns gestorben bist. Ach, lass dein Blut und deine Pein für uns ein Quäl des Lebens sein. Amen. Darf ich gleich mal fragen, welche Sünde drückt dir auf die Brust? Mein Mann. Mein Mann, der trinkt so viel. Oh, das ist natürlich schlimm. Warum bestraft Gott mich damit? Ja, richtig. Genau. Lass uns über deine Sünden sprechen. Ja, aber wieso denn über meine? Ich trinke ja nicht. Ich habe keine Sünden vor dem Herrn. Na gut, du bist wütend, das kann ich ja verstehen. Ich könnte mir aber bei dir vorstellen, dass du zu deinem Mann auch manchmal zu hart bist. Wie meinen Sie das jetzt? Zorn. Und du bist zornig. Ist eine der sieben Todsinn. Also zum Beispiel, ich hatte auch mal eine ziemlich dunkle Zeit. Und mein Zorn... Sie trinken auch? Ich? Na ja, nein, eigentlich nicht. Also jedenfalls nicht mehr so viel. Sagen Sie mal, was sind Sie denn für einer? Sie müssen ein Vorbild sein. Ja, was wird denn aus dieser Welt, wenn selbst die Priester schon saufen? Gott, der wird Sie bestrafen für diese Sünde. Ja, das ist schon passiert. Also wollen Sie jetzt beichten oder nicht? Kein Wunder, dass man Sie strafversetzt hat, Sie versah da. Sie sollten jetzt nicht alles glauben, was die Leute da so reden. Also wenn Sie nicht beichten wollen, dann bitte. Ja, was dann? Schmeißen Sie mich jetzt raus oder wie? Ich will Sie jetzt hier nicht aufhalten. Oh, na das werden Sie noch bereuen, ja? Ich gehe zum Bischof und ich werde berichten. Das muss ich mir doch hier nicht noch bieten lassen. Sie hören von mir. Oder vom Bischof. Blöde cool.